Hallo Herr Augenthaler, warum sind Sie eine Legende? Warum ich eine Legende bin? Ich glaube, weil ich lange in der Bundesliga gespielt habe, aber das müssen die anderen fragen. Wollen Sie wieder Trainer werden und wenn bei welchem Verein? Ja, es ist im Trainerjob so, dass man es nicht aussuchen kann, am liebsten bei Barcelona, aber es sind mehrere dran. Irgendwann ja, dazu bin ich noch zu jung, dass ich schon in die Frührente gehe. Haben Sie mit einem Spieler noch eine Rechnung offen? Nein, die habe ich alle schon getilgt, die Rechnungen.